ja willkommen zur ersten gta folge bei uns auf dem channel zusammen mit dem nido aus dem team und grezzi und den zwei membern vodafonica und alf oder mr vodafonica um es korrekt zu nennen heutiger teil ist wir kaufen uns die billigste karre hier auf superautos.com werden die auf motzen so weit wie es geht dann ein rennen zu mount gilliard machen und von dort aus müssen wir dann mit dem fallschirm herunterspringen und eine bestimmte stelle erreichen und wer als erstes dort angekommen ist hat natürlich gewonnen die stelle zeige ich euch gleich und jetzt kaufen wir erstmal die karre und wir sehen uns dann gleich wieder kurz bevor das rennen losgeht und hier seht ihr jetzt die ruhe jetzt mal wieder aufhören reifen zu drehen danke also wir rassen zum mount gilliard jeder hat den gleichen wegpunkt bekommen ob jetzt da links fahren oder anders fahren sieht man dann wenn wir oben angekommen sind heißt es den fallschirm nehmen dann diese linie herunter bis zum ende der seilbahn wer da unten als erstes angekommen ist hat gewonnen und dann gibt es der zweiten und dritten platz und der fünfte ist halt der verlierer so das ganze startet dann sobald meine hupe los geht zurück stell dich jetzt noch nido nido hör doch mal auf nido stell dich jetzt mal noch stopp nido jetzt passt aber so 3 2 1 frühstart wird bestraft so ich bin ja schon letzter fängt ja schon mal super an ich habe dich toll ausgebremst die anderen für die anderen auch noch mal kann doch gern abkürzungen fahren also ihr müsst nicht unbedingt die linie fahren die vorgegeben wird ich muss euch denn ernst mal sagen falsch gefahren auch so ne scheiße ah du verdammtes auto Junge was stehst du da rum leute wo bleibt ihr denn ich steck fest nein 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 ich stecke am fußgänger überweg sorry ähm wer ist denn der zweite gerade mein auto ist kaputt mein auto brengt dein auto ist kaputt nido kannst du mich bitte nicht zum lachen bringen da muss ich lachen ja ich hab jemanden wer ist denn gerade schon auf dem drive ich bin es ok dann bist du hinter mir scheiße gib Gas Junge gib Gas mein Auto gefallen ne das bin ich nicht da ist noch jemand vor mir das bin ich turbo scheiße der kommt hier nicht her oder was scheiße der kommt hier nicht her oder was ah du warst der Wichser Junge bist du bei einem hängen geblieben Junge wer hat mir den Führerschein gegeben haben die den Lotto gewonnen oder was ja wahrscheinlich nicht die sollen das nicht so machen wie ich also ich brauch definitiv eure Aufnahmen dass ich das äh geplänkel hinter mir gesehen kann dann auch ne du Wichser wir müssen das unbedingt mal mit schnelleren Karren machen nein definitiv ja mit schnelleren Karren dann wird das nur auf dem Berg richtig assi deswegen ich finde wir hätten nur so Offroad die Straße nehmen sollen nicht diese Scheiße weil das ist die einfach nicht finde ich ja das wird am Ende doch erst spannend ja am Ende wird spartig den Offroad Scheiße boah da ist aber jemand ganz schön knapp hinter mir das ist doch nicht knapp da ist immer ein paar Meter Platz hier boah scheiße du weißt ja wenn du knallst mal einen Meter ne hehehehe oh hehehehe äh wenn mein Auto im Arsch ist kann ich mich nicht einstehlen ähm ja von mir aus bist du nämlich jetzt deine Karre wieder geholt hast klau dir eins und komm ne weil mein Auto fährt zwar noch ab 8 oder so ne aber die ist äh dezent beschädigt gerade dann ist egal solange sie noch fährt nur wenn es nicht mehr fährt darf ich dir ein anderes holen also wenn sie nicht mehr fährt genau oder der Motor einfach nicht mehr will oder der Motor nicht mehr will weil ich hab nur noch eine Lampe mein Auto-Typ irgendwie ein bisschen deformiert auch meine Lampe ist mehr als ich hab ich hab keine ich hab von Anfang an gar keine Lampen mehr die sind durch meine Leichenschändung schon verschwunden oder so und mein Auto hat gerade eine Leitplanke geküsst die Abkürzungen funktionieren nicht komm wir noch von hinten komm wir noch von hinten Junge wow fuck 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 verbremst nein ah 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 scheiße ah ah und ich bin grad im Baummaterial fast ja deswegen bin ich auch grad dran vorbei geschäppelt ey ah komm zieh baby ah oh nee ich häng im Baum nein 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 fuck 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 wo f-f-f- wo seid ihr denn alle ich bin doch auf der Autobahn ich bin schon der Berghammer hoffahrer oh scheiße ich bin im Grat warum fährst du den Berg direkt hoch? hä? wir fahren ja nach Wegpunkt aus und ich hab mich schon wieder überschlagen das war definitiv nicht der beste Weg glaube ich ich bin grad noch nie gefahren oh nein 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 ah ha ha NEEIN F.U.C. Was ist das denn, Alter? Scheiße! Aaaaaah! Aaaaaah! Nein! Sind wir aufgefallen, sind wir aufgefallen? Jaaa! Also heißt das, dass ich noch eine Chance habe? Nein! Vielleicht, also ich habe es geschafft, mich jetzt hier auf den Weg zu kämpfen. Oh oh! Oh oh! Chance! Ich werde eh nicht auf Platz, soweit wie ich hinten hänge. Nein! Ich bin wieder auf den Weg! Tschüss Katzi! So viel frag mich vor dem Abend, ja? Deine Karre ist festgestreckt. Ich muss jetzt die vier. Okay, ein Stein. Wo ist meine Liebe? Guck mal, da sind ja schon mal zwei auf der Stotterstrecke. Die eine Fahrt ist wohl am Katzi vorbei, ne? Wer hat da gerade geschossen? Ach, nein! Ach, nein! Ey! Da wurde von Ika, ist gerade abgegangen, oder? Scheiße! Nein! Oh nein! Oh nein, ich bin im Brenn... W-w-wessen Auto brennt denn hier? Ehehehe! Fuck, ich bin falsch abgebogen! Ah, du Frau! Ich bin auf die selbe Straße abgebogen, Scheiße! Ich seh' dir! Wo ist der Mechaniker? Was, der sieht mich? So ne Scheiße! Nein! Ich häng' fest! Ich bin hinter dich! Mein Auto... Nein, nein, nein! Hoch, hoch, hoch! Ich bin gegen einen Baum gefahren! Gut so! Gut so, sagt er! Mein Auto hat gerade einen 360? Tja! Wie viele Kilometer habt ihr noch da vorne? Äh, 1,26 Wow, ich hab' noch 2,6 Kilometer! Ich rutsche ab, ich rutsche... Gib Gas! Nein, ich rutsche! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Bleib, bleib, nein, 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 bleib! Ich rutsche ab! Fuck! Ich bin... Oh, Scheiße! Boah, ich hab' mich gefangen! Wo seid ihr denn alle? Ja, ich bin abgerutscht! Boah! Boah! Nein! Fuck! Ach, da unten... Wo seid ihr denn? Das bin ich und ich hab' Ja, es war Platz, glaub' ich, oder Zweiter Grätzi, was ist denn mit dir los? 3 Kilometer noch Junge, meine Auto! Also der Schnitzel liegt da unten! Ja, der Schnitzel hat auch Cops am Arsch! Läster anrufen! Ja, während der Fahrt am besten, ne? Geht ja, mit nem Handy! Mein Auto schafft es den Berg nicht hoch! Ja, ich häng' ja auch grad an der Stelle, das ist richtig scheiße, weil ich keinen Schwimmen mehr hab' Warum schaltest du auch noch hoch, du Vollidiot? Alter! Ah, verdammt, hätt' ich schon den Weg genommen! Kannst du mir mal helfen? Oh, hier ist schon ein... Oh, hier ist... Hier ist schon ein... Äh... Hier ist schon ein... Fuck, 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 fuck! Ich hab' angehalten, er hätte mich anhalten sollen! NEIN! Und ich darf nicht so schreien, meine Nachbarn! Scheiß auf Nachbarn! Danke! Ich hab' gedacht, du bleibst hängen, scheiße! Ey, ich hab' dich extra so angeschoben, dass du nicht vom Berg fliegst, aber dass du weiterkommst! So, dass ich erster bleib, danke! Mann, ey! Naja, da reden wir noch mal drüber bei erster Platz! Ey, ich war dritter! Was ist hier eigentlich los? Ich bin letzter! Ich war zweiter, ich bin Jens unten! Ich bin jetzt am Fuß des Berges! Oh, nein, 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 nein! Oh, nein, scheiße! Oh, 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 oh! Oh, fuck! Oh, scheiße! Oh, fuck! Ich bin gerade fast vom ganzen Berg geflogen! Nein! Scheiße! Oh, oh! Ja, du bist genau sofort abgebogen wie ich! Oh, oh! Trotz Eilrad und Maximaltuning geht dir nix mehr! Ja, ich hab' kein Eilrad! Ey! Das ist ja ne Problem! Ja, ähm, ähm, entschuldigen Sie mal! Ich, ähm, ähm, muss kurz Schwung holen! Seid froh, ich bin jetzt wieder ganz unten am Berg hoch! Oh, nein! Gleich rammt der Typ mich hier runter! Das will ich schon kommen! Ähm, ist das überhaupt möglich? Mein Auto schafft es nicht mal den Standardweg, der in mir hier vollschlagen wird, hoch! NEIN! Alter, wie die da runtergeflogen ist, ey! Das war ein Bild für... Welche spezierischen Schreie, ey! Letzten 500 Meter zum Sieg! Für'n Alf! Na, nur kein Sieg! Du musst ja erstmal noch runterspringen mit dem Fallschirm! Scheiße, ich fall den ganzen Berg grad runter! Äh, wenn ich meinen Raketen herverzücke und dich vom Fallschirm runterschieße, ist das dann... Legitim? Nein! Nein, das ist nicht legitim, Hidoro! Ist zwar für Explosionen bekannt, aber nein, das ist nicht leg... Vor allem mein Auto schafft es ja nicht mal den Standardweg hoch! Ach, Mann! Ich komm nicht mehr hoch, so ne Scheiße, ich war erster! Mein Auto schafft es nicht mal den Standardweg! Der mir hier vorgeschlagen wird vor ne Karte, vom Navi! Ja, du brauchst meistens ein bisschen mehr Schwung, deswegen! Ey, dieser Vollidiot schaltet und noch hoch! Gibt's wer geht hier eigentlich? Ich bin wieder auf dem Weg! Ich bin zwar jetzt letzter, jetzt bin ich wieder bei 1,26 Kilometer, geil! Nein! Ich bin bei 800 Meter! Ich würde mal behaupten, erster Platz... Nein! Ich drück' Gas und es geht rückwärts! Es geht rückwärts! Und gleich ziehen? Also, gegenseitig abschießen ist nicht erlaubt, aber ihr dürft euch wegrammen! Okay! 700 Meter! Ne, ey, du Alf, wenn ich du wär, da würd ich mir ja einen Fallschirm nennen! Ich hab'n Fallschirm! Ey, du Kamelgesicht! Tschüss, Grezzi! Mach mal den Fallschirm auf! So wie es aussieht, bin ich vom letzten zum ersten Platz und Grezzi ist komischerweise zum zweiten, also... Weil ich bin schon in der Luft und Grezzi ist hinter mir. Ah, der Fallschirm ist so gehoffen! Wo müssen wir eigentlich hinfliegen, da wo die Seilbahn... Da wo die Seilbahn endet, wer da als erstes unten ist, er hat gewonnen! Ich hab' kein Fallschirm! Da liegt einer! Im Normalfall! Im Normalfall! Im Normalfall! Er kann... Ey, kann mich jemand raus bimsen? Also... Nein, bin schon beim Fallschirm unterwegs, sorry! Ich kann versuchen, dich raus zu bimsen, aber... Zu spät! Bin schon wieder raus! Oh, bloß jetzt nicht schon wieder runterfallen! Nein, 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 nein! Ich bin erst an der Seilbahnstation und Grezzi ist gestorben! Da war ein Baum im Weg! Wow! Der hat auf Bäume hingesetzt! Wo ist... Hier ein Fallschirm? Hier ist... Wie gesagt, wenn... Dann müsst ihr halt hinlaufen, ne? Also... Am Ende der Seilbahn ist! Okay! Wir öffnen jetzt den Fallschirm... Und ich fall grad den Baum runter! Linke Maul hast du! Oh, ich bin jetzt schon! Nein! Nein! Zweiter! Scheiße! Wer ist Zweiter? Ich! Ja, ich weiß! Renne, renne, renne! Hoch, hoch! Ich komme, ich komme! Ich bin definitiv der erste, weil ich bin noch vor dir auf der Seilbahnstation. Wo war der Fallschirm? Der war da unten, ne? In der Station. Da unten? Ja, da oben! Renne, 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 renne! Scheiße, scheiße, scheiße! Wie oben an der Station? Da lag doch ein blau-weißer Fallschirm, bevor du gesprungen bist. Na, ihr müsst genau der Seilbahn lang. Ja, ich hatte den Fallschirm, aber... In der Mitte im Fallschirm, der liegt jetzt irgendwo am Gras. Ich sehe kein Fallschirm. Oh, nee! Nein, das darf jetzt nicht wahr sein! Ich sehe hier keinen Fallschirm mehr! Bin ich jetzt gerade dämmerd, oder was? Weil Gretzi denn eingesackt hat, vielleicht. Nee, der müsste normalerweise die ganze Zeit da sein. Da müsste man spawnen, normal. Nee, hier ist kein Fallschirm! Scheiße! Hier ist einer! Aber der ist... Der ist verpackt. Wo? Soll ich dir mal deine Bierflaschen da aussieken? Wo war ein... Wo war ein Fallschirm? Ich habe keinen gesehen. Oben! Da ist er ja! Nee, das ist eine Actionfigur gewesen. Und wie fliege ich jetzt? Hast du? Wo hast du jetzt den Fallschirm her? Von da oben! Der lag da. Ich muss irgendwas zurück und eröffnen. Nein, da lag keiner! Mann, fuck! Den habe ich gerade eigentlich gesagt. Ach, das kann doch nicht wahr sein! Ich war erster! Ich muss ja wieder hochlaufen. Echt, jetzt? Ja, ich muss ja auch. Turbo! Komm, der verfolgt sich! Ach, Mann! Jetzt bin ich letzter! Nee, bist du nicht! Wieso? Ich bin noch nicht mal oben. Ach so, ich habe gedacht, du bist schon oben! Ich rutsch! Ich fallge den ganzen Berg wieder runter! Ja gut, dann kann ich ja noch fütter werden! Außer Nido stutzt ab! Warte, ich schaff's in die Station! Ich schaff's in die Station! Wie lande ich? Wie lande ich? So lande ich! Gar nicht! Mit Alt F4! Und wo hast du jetzt das Fahrzeug hierher? Du kannst es wieder spawnen übers Interaktionsmenü! Wie? Warte! Äh, indem du M drückst, Fahrzeug, und dann steht da persönliches Fahrzeug anfordern. Wenn es deins ist, dann hast du es wieder! Musst aber an der Straße stehen! Hier ist kein Fallschirm! Ich möchte meine Schwottenmöhre auch wieder haben, deswegen! Ach nö, warum ist denn jetzt hier kein Fallschirm? Äh, Fahrzeug? Persönlich Fahrzeug anfordern! Lieferung unterwegs! Wie lange dauert es? Nicht lange! Muss kurz warten! Alter, ich fühl mich grad verarscht! Wieso habt ihr alle einen Fallschirm gekriegt? Dich nicht! Ach, da ist er! Ey, ich deinstalliere dieses Spiel gleich wieder! Ist auch kein Fallschirm! Wo ist denn hier ein verfickter Fallschirm jetzt? Pass auf, auf Zensur und Tube ist das nicht immer alles so! Hey, Nido! Du! Chris, sag mal! Ne, hier ist kein Fallschirm! Ach, stopp! Äh, 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 das artet hier schon wieder aus? Nein, der Rasen brennt! Seid ihr denn des Wahnsinns? Der Rasen brennt! Räumt die Autos da weg, bevor die brennen! Scheiße, die brennen gleich! Also entweder fahr ich jetzt ein Stück runter, weil da waren... Ich bin Hellrider! Das weiß ich! Und ich wurde grad umgefahren! Du wurdest in die Luft gejagt von Gretz! Weil du in seine Karre reingerammt bist! Wo ist denn Vodafonica? Der liegt da unten, oder was? Ja, ich, äh... Äh... Ja, ich überleg grad, wie ich an dem blöden Fallschirm rankomme! Das dauert ein Wasser! Wir hätten den vorher holen sollen! Äh, der respawn dort oben immer mal wieder! Ja, du musst mal gucken! Da, wo die Zeichnung ist! Nido! Du hast mal außen liegende Bremsscheiben gesehen! Äh, Bremssättel! Welche Zeichnung meintest du, Nido? Guck mal hier! That's Logic, wa? Nido! Ja! Äh, ich meine hier diese... Mit der Pyramide da, diese... Ja, aber da ist nix! Geil! Guck dir mal diese Felgen an! Obwohl, warte mal! Ich mach das anders! Ich stelle meine in der Mitte! Guck doch mal bei mir! Danke! Ach, Mann! Ich war so gut vorne, ey! Das kann das wahr sein! Finde den Fehler! Hallo! Let's see! Links neben mir parken, weil du bist doch auf dem zweiten! Ich muss erst mal wieder ein paar Reifen haben! Rechts neben mir darf der dritte Flasche parken! Jetzt muss ich Marywater anrufen, dass die mir ein Heli schicken, dass ich da kurz einsteigen kann! Oder so an... Oder so... Nee, stimmt nicht! Egal! Dein auch ein persönliches Fahrzeug erst mal! Ich kann meins nicht anfordern! Warum kann man den Kunden nicht anfordern? Da kann ich nirgends hier in... Äh, wem gehört denn der Schwarze? Meiner! Der ohne Reifen! Gretzis! Ich bin übrigens unten, ne? Ach, der Schwarze? Ja, aber du sollst ja runter springen und nicht runterfahren! Och, Schnitzel! Ja, der Zug ist abgef... Oh Gott! Der Zug ist abgefahren! Ja, dann fahr hoch, komm! Jetzt schaff ich doch nicht! Ach, leck mir! Du warst doch gar nicht oben! Ich war fast oben! Aua! Ja, fast oben zählt nicht! Julian gibt's sicher auch Mühe, da runter zu springen! Wer ist denn das da hin? Ja, ich warte grad, bis der Helikopter von Marywater landet, dass ich ihn einfach rausschieße! Ich kann dich auch mitnehmen! Ah ne, das ist Nido! Hallo Nido! Hallo Nido! Jetzt land doch mal, ich brauch'n Fallschirm! Ich will doch auch hier noch gewinnen! Aschlo! Hehehe! Velo! Gewinnen? Letzter Platz will er machen, obwohl ne, stimmt der gar nicht! Ne, ich kann doch wieder platzen! Herr Schnitzel ist letzter! Ich kann's noch einen vierten machen! Nido, warst du schon mal oben? Ja, ich war oben! Bin so runtergesprungen und mein Fahrzeug... Ich glaub' wir können das ganz offiziell machen! Schlitzel, willst du noch hochkommen oder willst du nicht hochkommen? Nein! Ich fahr da nicht hoch! Dann... Ja, muss ich sagen... Ich hab' verloren, ich weiß... Ja... Gut, dann... Sag' ich mal, gut, ich hab' den vierten Platz gemacht, leider... auch immer, aber... Stop acting like a maniac! Ja, ich sag' mal, das war's dann soweit von mir... und uns... Und... Das war's dann soweit! Ja, willkommen! Wir sehen uns dann zur nächsten Folge! Bis zur nächsten Folge! Genau! Bis zur nächsten Folge! Bis dann! Ciao! Bis dann! Tschüss!